Guten Morgen meine Damen und Herren, ich bin Herr Pöhn und ab heute ihr neuer Lehrer. Ah, Herr Haftbefehl, schön, dass Sie wieder hier sind. Wieder mal sitzen geblieben? Kein Thema, dieses Jahr wird's bestimmt was. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Bis ich gut schlafen, doch. Hätten, ich betrete den Saal, denn eure Noten sind nicht gerade phänomenal. Habt ihr nicht viel geschafft in eurer Schullaufbahn, deswegen zweifle ich am Unterrichtsplan. Da es eindeutig ist, dass ihr bisschen Nachhilfe braucht, bin ich schnell für euch in die Materie eingetaut. Zuerst kamen mit Rens Chemistry und dann auch die Beginner und nach Royalty erst einmal Wettbewerbgewinner. Deutsche Buffett Gangster, Hats und Fett, heute ist es vier Jahre Förderschulprojekt. Aber die Gleichung bleibt, Deutsche Bist gleich Ami-Kopi. Mal Klicks geteilt durch Hype, aber hier geht es nicht um Erd oder Saab. Und die Sätzen bleiben hier, beende ich die Schulstunde. Was ist das eigentlich für ne Witzfigur? Ach kommt, lass ihn, der sitzt da nur. Erste Stunde Mathe, zweite dann Geschichte, ihr solltet mir gut zuhören, von was ich hier berichte. Nee, da ich die Befugnis habe, zum Unterrichten in puncto Hot und Straße. Erste Stunde Mathe, zweite dann Geschichte, ihr solltet mir gut zuhören, von was ich hier berichte. Nee, da ich die Befugnis habe, zum Unterrichten in puncto Hot und Straße. Herr Pimp, wie schafft man es an die Spitze? Ein Moment, ich hätte hier ne kleine Skizze. Sollte ich den Lebeschef nach Kohle fragen? Natürlich, du musst mindestens ne Rolex tragen. Gönn dir vor dem Vorschuss eine Umhängetasche. Kreativ im Rap ist heute ne umstrittene Sache. Gute Lines, ha ha ha. Nee, das geht echt nicht. Fülle deine Zahlen, lieber mit paar Ad-Libs. Es gibt am Ende immer krasse Preise. Schreibt das auch, bevor ich dich der Klasse verweise. Und wenn dich bis dahin niemand kennt, heuchelt vor, dass du normalen Immobilien schenkst. Deutschrapper wären hier perfekt aufgehoben. Schule ist wichtig, die sind alle vorher rausgeflogen, ausgesprochen. Was jeder denkt, Anleitung zum Erfolgsrezept. Erste Stunde Mathe, zweite dann Geschichte, ihr solltet mir gut zuhören, von was ich hier berichte. Nee, da ich die Befugnis habe, zum Unterrichten im Puncto Hot und Straße. Erste Stunde Mathe, zweite dann Geschichte, ihr solltet mir gut zuhören, von was ich hier berichte. Nee, da ich die Befugnis habe, zum Unterrichten im Puncto Hot und Straße. Ey, was für ein Scheiß. Alter, geil.